Es gibt kein Entkommen. Das Spiel hat eine neue Dimension. Angst, Schmerzen, Tod. Hallo, Bobby. Ich möchte ein Spiel spielen. Joyce! Joyce! Innerhalb der nächsten 60 Minuten müssen Sie auf dem Weg der Erkenntnis voranschreiten und ein paar Hindernisse überwinden, um Ihre Frau erreichen zu können. Wenn Sie sie nicht erreichen, bevor die Uhr abgelaufen ist, wird sie sterben. Ich habe auch noch eine neue Schusterkomprische. Los geht's für die Hilfe. Ach, Alter. Ja, ich habe einen Schiff, aber noch nicht. Aber wir haben einen yourselfen. Geri, kann man in mehreren? Wir haben eine große, große Höhe in der Höhe. Wie ist das? Es wird ein bisschen schwitier. Wir werden ein Stück, dann wird es ein Stück. Dann wird es ein Stück, dann wird es ein Stück. Du willst von dem Legen nach dem Legen? Das wird mein Werk vollen. Ich bin ein Stück, dann wird es ein Stück. Dann können Sie das Stück. Wir sind ein Stück.